Im Rahmen vektorieller Beweise werden wir uns hier ein Beispiel mit einer Pyramide anschauen. Von Schwierigkeitsgrad her kann man es als mittelschwer bezeichnen. Ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass ihr ein paar grundlegende Kenntnisse bei diesem Themengebiet schon habt. Wenn das nicht der Fall sein sollte, entweder oben rechts unter den I-Punkt oder am Ende im Abspann findet ihr noch ein Grundlagenvideo zu dieser vektoriellen Beweise. Ich werde auch bei dieser Beispielaufgabe die gleiche Lösungsstrategie verwenden, wie bei allen anderen Beispielaufgaben, die ich zu diesem Thema hochgeladen habe. Und damit keiner durcheinander kommt, will ich diese Schritte noch kurz erläutern. Als erstes ist es natürlich wichtig zu erkennen, was eigentlich bewiesen bzw. bestimmt werden muss. Zweitens musst du in der Aufgabenstellung die gegebenen Voraussetzungen erkennen und gegebenenfalls aufschreiben. Dritter Punkt ist eher so eine Geschmackssache. Und zwar ist es empfehlenswert, immer eine vektorielle Vereinfachung durchzuführen. Das ist natürlich nicht unbedingt notwendig, aber hilfreich. Und viertens ist die Durchführung des Beweises durch Verwendung der Voraussetzungen und mit Hilfe von Linearkombinationen. Damit meine ich geschlossene Vektorzüge. Wenn ihr an dieser Stelle mit manchen Begriffen hier vielleicht noch Schwierigkeiten habt, bei der Lösung der Aufgabe sollte sich das Ganze eigentlich klären. Und hier ist unsere Beispielaufgabe. Ich überfliege sie kurz. Also die Punkte P, Q, R und S bilden die Eckpunkte einer dreiseitigen Pyramide mit der Spitze S. Die Punkte M1 und M2 sind die Mittelpunkte der Strecken P, Q und P, R. Ja, die Punkte M3 und M4 sind die Mittelpunkte der Strecken Q, S und R, S. Zeige, dass der Vektor M1, M2 gleich ist mit dem Vektor M3, M4. Für den Fall, dass das zu schnell ging, bitte auf Pause drücken und in Ruhe die Aufgabenstellung lesen. Von vornherein sollte es eigentlich schon klar sein, dass ohne eine Skizze hier nichts läuft. Deshalb rechts abgebildet eine dreiseitige Pyramide, wobei es die Spitze ist. Als nächstes sagt uns die Aufgabenstellung, dass die Punkte M1 und M2 die Mittelpunkte der Strecken P, Q und P, R sind. Ja, das versuchen wir hier einzutragen. Also hier haben wir M1 und M2 und zusammen bilden sie natürlich den Vektor M1, M2, den wir später brauchen. Außerdem haben wir noch die Punkte M3 und M4 als Mittelpunkte der Strecken Q, S und R, S. Könnt ihr auch hier erkennen und die bilden natürlich den Vektor M3, M4. Und das ist auch das, was bewiesen werden muss. Und zwar, dass diese zwei Vektoren M1 und M2 bzw. M3 und M4 gleich sind. Also, das wäre unser erster Schritt. In zweiter Schrift sollen wir festhalten, was eigentlich in der Aufgabenstellung gegeben ist. Naja, viel ist nicht gegeben, außer die Tatsache, dass diese Punkte M1, M2, M3 und M4 Mittelpunkte dieser Kanten sind. Also, ich würde mal sagen, an dieser Stelle reicht vorerst. Und dann können wir gleich zum dritten Punkt gehen, und zwar, das war die vektorielle Vereinfachung. Wie gesagt, das ist eine optionale Geschichte. Allerdings auch hier bei den ganzen Buchstaben sehr empfehlenswert. Also, es dauert hier eine kleine Besonderheit auf. Normalerweise, wenn ihr zweidimensionale Figuren habt, müsst ihr praktisch zwei Vektoren suchen für die vektorielle Vereinfachung. Hier haben wir drei Dimensionen, deshalb wäre empfehlenswert, drei Vektoren zu suchen. Als erstes könnten wir zum Beispiel diesen Vektor PQ hier als Kleinvektor A bezeichnen. Dann empfiehlt sich noch, beispielsweise den Vektor PR als Kleinvektor B zu bezeichnen. Und natürlich müssen wir auch in die andere Richtung gehen, also damit meine ich nach oben. Deshalb könnten wir beispielsweise auch diesen Vektor QS als Kleinvektor C bezeichnen. Natürlich könntet ihr alternativ auch PS oder RS wählen als Vektor C, aber ich habe mich jetzt entschieden für QS. Und das halten wir hier links nochmal fest. Also PQ ist Kleinvektor A, PR ist B und QS ist C. Und jetzt kommen wir natürlich zum tatsächlichen Beweis. An dieser Stelle werden wir die zwei Vektoren M1, M2 und M3, M4 als Linearkombinationen der Vektoren Klein A, Klein B und Klein C darstellen. Fangen wir doch an mit M1, M2. Das ist ein bisschen einfacher. Also M1, M2 ist gleich. Wenn wir auf die Figur schauen. Also wir starten hier bei M1 und wollen hier bei M2 landen. Deshalb müssen wir erstmal von M1 zu P gehen. Und das ist genau die Hälfte von Vektor A. Nur in die Gegenrichtung. Deshalb ist es minus 1,5 A. Und dann von P zu M2 ist die Hälfte von Vektor B. Also plus 1,5 B. Und das war es eigentlich für M1, M2. Deshalb kümmern wir uns jetzt um M3, M4. Also Vektor M3, M4. Da sieht leider die Sache nicht so einfach aus. Also wir starten hier in M3 und wollen in M4 ankommen. Deshalb gehen wir erstmal von M3 zu Q. M3 zu Q, das ist die Gegenrichtung von C und zwar genau wieder die Hälfte von C. Aus diesem Grund können wir dafür minus 1,5 C schreiben. Dann könnte der Vektor QR an dieser Stelle kommen. Und QR ist ein unbekannter Vektor. Deshalb schreibe ich erstmal QR hin. Und dann kommt noch dieser Vektor RM4. Das ist die Hälfte von dem Vektor RS. Und er ist ebenfalls unbekannt. Deshalb schreibe ich an dieser Stelle plus 1,5 RS. Damit wir diese Linearkombination hier ein bisschen ausführlicher schreiben, müssen wir uns erstmal um die Vektoren QR und RS kümmern. Ich fange in der gleichen Reihenfolge wie hier mit QR an. Und zwar das hier an der Seite. Das ist sowas wie in der Nebenrechnung, damit wir die richtigen Ausdrücke für diese zwei Vektoren haben. So, jetzt. Der Vektor QR. Der zeigt von Q nach R. Dann können wir erstmal von Q zu P gehen. Und das ist dann entsprechend Minus Vektor A. Und dann von P zu R gehen. Und das ist Kleinvektor B. So, QR hätten wir dann. Und könnten gleich RS jetzt aufstellen. Also, wir wollen von R zu S. Wir können erstmal von R zu Q gehen. Und das ist der Gegenvektor zu QR. QR haben wir hier oben. Gegenvektor bedeutet, wir setzen einfach eine Minusklammer um QR. Entsprechend wird das Ganze so dann aussehen. Minusklammer auf. Minus Vektor A plus Vektor B. Also, das war dieser Vektor RQ hier. Und dann brauchen wir noch den Vektor QS. Und Vektor QS entspricht genau diesem Vektor C. So, und das können wir gegebenenfalls nochmal ein bisschen auflösen hier. Also, die Minusklammer meine ich damit. Minus Minus ergibt Plus Vektor A. Dann Minus Vektor B. Und Plus Vektor C. Und diese Linearkombinationen für QR und RS können wir jetzt hier in unserer Gleichung, in der Linearkombination von Anfang an, einsetzen. Oder, ein bisschen deutlicher gezeigt, also für QR und RS setzen wir die zwei Linearkombinationen, die wir hier rausbekommen haben. Entsprechend haben wir dann für M3, M4 folgenden Ausdruck. Also, Minus 1,5C wird abgeschrieben. Statt QR schreibe ich dann Minus A plus B. Und dann kommt noch Plus 1,5. Jetzt ein bisschen aufpassen. Es gibt diesen Vorfaktor 1,5, deshalb müsst ihr diesen Ausdruck für RS in Klammer setzen. Und dann habt ihr Vektor A minus Vektor B plus Vektor C. Ist ja klar. Das Ganze kann man noch ein bisschen auflösen und zusammenfassen. Also, vorne kann ich vorerst nichts machen, außer alles abschreiben. Und dann können wir diese Klammer mit 1,5 auflösen. Entsprechend werden wir dann 1,5 Vektor A minus 1,5 Vektor B und plus 1,5 Vektor C. Jetzt ist es an der Zeit, das Ganze nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Minus 1,5 Vektor C plus 1,5 Vektor C kürze ich weg. Minus Vektor A plus 1,5 Vektor A ergibt dann minus 1,5 Vektor A. Und Vektor B minus 1,5 Vektor B ergibt plus 1,5 Vektor B. Mehr müsst ihr diese Linearkombination an dieser Stelle nicht mehr zusammenfassen, weil wenn ihr diesen Vektor M3, M4, also das hier, mit der Linearkombination für den Vektor M1, M2 vergleicht, dann sollte euch auffallen, dass sie tatsächlich identisch sind. Also können wir sagen, dass daraus folgt, dass die Vektoren M1, M2 bzw. M3, M4 gleich sind. Und das ist das, was bewiesen werden musste. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Wenn ihr möglicherweise Schwierigkeiten hattet, bestimmte Schritte hier nachzuvollziehen, kann ich natürlich empfehlen, die Grundladung vektorierler Beweise nochmal anzuschauen. In der Kategorie gehen natürlich die Linearkombinationen rein, Orthogonalität, Paralität, Kolonialität und lineare Abhängigkeit von Vektoren. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen sowie weitere Beispielaufgaben zu vektorierler Beweise findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts.